In Kleve entsteht in den nächsten Monaten die Europa-Radbahn. Die Radbahn verbindet die zwei Länder. Beginnend in der Stadt Kleve über die Gemeinde Kranenburg führt sie in Richtung Nähmechen. Sie nutzt dabei die alte Trasse der Bahn. Bald kann man also auf dieser Trasse grenzenlos fitzen, wie beiderseits der Grenze das Radfahren genannt wird. Das ist eine gute Idee, denn an der geplanten Strecke liegen eine ganze Menge von Orten und Institutionen, die es allsamt wert sind, miteinander verbunden zu werden. Da ist also mehr drin. Und während die einen Fahrt und Landschaft genießen, nutzen die anderen die Europa-Radbahn für den Weg zur Arbeit, zur Uni, zur Schule oder zum Einkaufen, ins Theater, ins Museum, ins Kino oder zum Sport und, und, und. Da gibt es grenzenlos viele Möglichkeiten. Damit sich die Schnellen und Sportlichen und die Genießer und Landschaftsgucker nicht ins Gehege kommen, wird die neue Trasse überall so breit sein, dass Überholen kein Problem ist. In beiden Richtungen. Die Radbahn ist damit noch kein Radschnellweg, aber sie bietet eine Menge Vorzüge für ein sicheres, wahlweise schnelles oder bequemes Fortkommen mit dem Rad. Da, wo Straßen gekreuzt werden, stellen Ampelschaltungen die Vorfahrt sicher. Freie Fahrt für das Rad. Innerorts und an Querungen über Straßen hinweg sind blend- und streulichtfreie LED-Lampen. Sicherheit bei Tag und Nacht. Rastplätze sichern kurze oder längere Pausen. Und Ladestationen für E-Bikes verlängern nötigenfalls die Reichweite der Akkus. So soll die Europa-Radbahn Lust machen auf den Umstieg aus dem eigenen Auto auf das Rad. Nicht nur in der Freizeit, sondern eben auch für die alltäglichen Touren. Vielleicht nicht immer, aber immer öfter. Und weil diese Idee so gut ist, wird sie gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Dem Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Wird gebaut von der Stadt Kleve und der Gemeinde Kranenburg. Und wird unterstützt von der Klima-Expo Nordrhein-Westfalen. Dieser Film wurde realisiert durch die Horschler-Kommunikation. Die Europa-Radbahn grenzenlos fitzen an Rhein und Wahl. Wird aus Untertitelung des ZDF, 2020